Ja, hallo und ein herzliches Kommen zurück bei Mass Effect Andromeda Multiplay. Genau. Und zusammen sind wir ein Swogger, der Sander und ein Random. So. Random mal wieder schüchtern, der sagt nix. Ne, ne. Gut, der ist auch neben TS, könnte vielleicht auch da ran liegen. Neben TS? Ne, im TS. Achso, eh. Och ne, nicht die Karte, die mag ich doch nicht so gerne. Ja, geht. Die Karte geht. Das war meine allererste Multiplayer-Map, wo ich irgendein Multiplayer war. Das war für jedes Mal. Du musst das jetzt jeden Tag erzählen. Ja, jedes Mal war man die Match. Ja, schon. Jeden Tag. Jedes Mal. Du kannst, ihr könnt ja mal mitzählen, wie oft ich das sage. Und am Jahresende sagt ihr mir, wie oft ich das gesagt habe. Alter, das halte ich jetzt komplett seit 2017 durch, mein Freund. Und wer mir die genaue Anzahl dann sagen kann, der kriegt einen Keks. Keks? 100 Millionen wäre mir lieber. 100 Millionen Kekse, das ist nicht so teuer. Wo, wo ist der? Du kriegst einen Nougat-Keks. Nougat-Keks. Oh, wir kämpfen wieder gegen den Kett. Echt, hier ist der Kocker? Oh, hab grad den ersten umgepupt. Uhu, wo ist hier einer? Ich hab schon den weg. BAM, 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 BAM! Der hat sich auch noch versteckt. Na komm, hoch hier. Alter! So, geht los. Der liegt? Toll. Den wollte ich auch haben. Ist da hinten ein oder? Nein. Der liegt. Der liegt. Wo denn? Das wird mir hier ein bisschen... Wir haben geschossen! Oh nein, wir werden geschossen! Der liegt. Der liegt. Was, der liegt noch nicht? Der liegt. Jetzt. Ähm... Der liegt. ... Der liegt. Toll. Der liegt. Konkret krass Kickbox Kick, Alter. Ähh... Da fahrt man hinjumpen. Oh nein. Einer noch! Einer noch? Das ist der ruhig? Das ist der ruhig. Ja, ja. Da strech im Mundi holen. Ja, ja. Mundi? Mundi. Ich hab noch. das ist eine strahlenkanone dieser für leute die nie rutsch zielen können hat er gesagt gesundheit was ich doch nicht das klingt immer als würden die sagen gesundheit da ist denn hier einer und der ist runtergefallen guck mal da ist er ja noch was das passiert wenn man nicht das frische schulwerk hat ich klicke gleich unter und dann mache ich nahkampf näher hinten bitte auf Oh? Ja? Dein Schutz ging irgendwie ins Leere. Ja, na... Ähm... Was heißt denn? Ich geh runter. Du lebst doch! Ja, klar lebe ich. Ich kann jetzt nicht anfangen. Ach, mit mir reden wir nicht mehr. Was? Ach, Quatsch. Nee, nicht Quatsch. Alter, bleib da auch mal liegen. Ich hab der zu in irgendeinem Akkord erledigt, ne? Den hab ich immer oben auf dem Dach angeschossen. Und auch hat der sich bis runtergerollt. Hä? Was ist hier los? Alles, was die Fest ist. Okay. Oh, Mann! Nachladen. Nachladen. Daneben. Ich hab meine Schäde verloren! Was? Toll, in der Luft gestorben. Das gibst du wohl ja auch nicht, oder? Das kriegst du auch nur du hin. Ja. Danke! Wie jetzt du boxt mich? Ich boxt dich zurück, du Sau! Hä? Ach, da war da noch einer. Oben auf die Dache. Das hin. Ich bin grad aufs Dach hochgehofft und der hat sich mir zu den Füßen gelegt. Oh, jetzt müssen wir hacken. Yay! Hacken? Hacken! Beschwitzt... Wohin? Bin da! Ich bin da! Mit Vischer lernst du aber auch nicht, du? Ja. Mindere Intelligenz. Ich wollte das noch durch, da hinten keine Pillen. Ja. Jocker. Ich seh ja nix. Also wie immer. Ist denn hier einer? Da oben. Nur noch drei. Schalten Sie sie aus. Nur noch drei. Zwei. Eins. Das war's. Ja. Geh mal ja wo. Kann ich gleich Muni holen. Ich glaube auch. Bleiben wir jetzt dort. Mach Schmidt. Mach Schmidt. Mach Schmidt. Mach Schmidt. Der ist hin. Was? 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 Wo? Wann? Wieso? Warum? Hau da ab. Oh. Ähm. Ach da oben steht der. Der Engensteher. Ach ja. Ja da oben. Spawn die gerne. Darf schmeißen. Ach komm. Da da nah. Jo. Der ist warum gerne hier oben auf dem Dach. Ah da nah. Schaut da was. Da ist doch. Du seid mir. Ist halt immer so. Ja. Da ist ein super. Und die ist ein super Spot hier oben. Und die ist ein super Spot hier oben. Bleib hier oben. Du kommst in den Zwinger. Und was ist wenn der Zwinger zu klein ist? Äh. Ach. Das überlebende. Mit Schieben und Drücken geht dann schon. Genau. Meinst du? Ach die sind doch flexibel. Wenn er mal in der Mitte durchgebrochen dann funktioniert das. Zummer. Alter. Könnt ihr auch mal still halten? Nö. Versorgt doch. Halt mal still. Ich will ein Selfie machen. Vielleicht klappt das. Ach da ist halt. Oh. Wie schnell die. Hä. Das verstehe ich jetzt aber. Absolut nicht. Das geht doch. So. Ist das nur noch einer oder was? Oh. Äh. Ich glaube. Ja ja. Wo ist denn der? Hab ihn schon. Das ist kaum ein bisschen spät, Thunder. Ja. Ein bisschen spät. So. Brauchst das? Ja. Nee nee. Irgendwo muss doch noch was sein. Nö. Fünfte Welle. Ja ja. Nö. Los, los, los. Äh. Ich geh nicht wieder drauf. Der ist doch. Wo? Zweig ist ein. Einer. Okay. Ja. Wo? Null. Oh, der älteste kommt. Wo? Wo? Halber Schild. Wo ist denn der? Was? Jetzt hat er keine Schild mehr. Wohin. Da. Köpfe runter. Scheiße muss noch laut. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich glaube der hat sich weggepuppet. Oh Mann ey. Wohin ist die Frage? Wo? Wui. Das war knapp. Was? Äh. Ich liege. Also. Ich weiß. Ich komm ja schon. Ja. Danke. Oh. Danke. Au. Äh. Oh. Nehmen wir auch noch. Das war ein anderer. Oh. Der ist doch hier. Oh Mann ey. Äh. Durchhalten. Da liegt er ja noch. Wer liegt denn da? Das bist du. Äh. Ja. Was denn? Ich hab meine Schilde verloren. Das Junge. Ach. Erstmal nachladen. Nein. Wohin. Wo humpießt ihr denn ja den an? Äh. Wohin. Wohin. Oh ja. Ist er jetzt tot oder lebt er noch? Ja. Hä? Oh. Oh man. Dreckskarl. Dreckskarl. Steff jetzt. Dreckskarl. Was? Oh, in der Luft schon wieder. In der Luft, äh, ich bin unter euch. Schon wieder in der Luft krepieren, ich weiß es nicht. Boah, ja. Das schaffst du auch, auch Noten, Bore. Ja, ich schaffe das. Ich schaffe das immer. Wo sind die hin? Ja. Ja, das sag ich doch, dass es da war. Aber was ist denn hier los nur? Ich muss mich erst schon mal... Oh, jetzt lieg ich schon wieder. Der Markus war genau neben mir. Nein, der haut ab. Äh, ich bin oben auf dem Dach. Dach, dach. So, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Okay. Warte mal, ich muss mal nachladen. Da müssen wir den Ding. Die Typen ja doch gekillt haben vor uns irgendwie. So. Sie haben sämtliche Gegner illegalen Datenwaren. Klar, klar, klar. Was denn? Ich finde der voll den Kopfschuss. Meine Kugel trifft ihn erst zuerst, dann kriegt er von Roro. Weck den Kill, Roro. So, was ist das eigentlich? Oh, das ist aber günstig. Cool. Das ist günstig. Ich glaube, ich komme noch ein ältester. Oder? Ja, da ist ein ältester. Ich weiß sogar wo. Wo? Da, wo die große Geschmärkart. Ich habe keine Schilde. Ich habe da wieder Schilde. Keine Schilde mehr. Schießt! Wohin? Kopfschuss, Tor. Jawoll. Und Fragment wurde hochgeladen. Wunderbar. Die gehört zu A. Ja, ist eigentlich ganz geil. Okay, gehen wir zu A. Oh, hier ist was los. Oh, ja, ja. Na. Ab, keine Ecke. Ja, irgendwie ruck jetzt den Kater. Ach, du Scheiße. Wer hat denn den eingeladen? Äh, ich, ich wusste es nicht. Der hat da schon. Das wollte ich gerade machen. Fast ihn weg, genau. Jawoll. Sie haben es fast geschafft. Der Comic-Kreuz hat etwas zu viel. Ich hatte ja gerade die Wisse längst. Ja, auch. Jetzt zu zäh. Na, irgendwie habe ich ja... Wie ist das? Aua! Ich weiß noch nicht, wie da nicht was los ist. Ich habe doch den Mäu und schnellen Trend. Der ist ja nicht schlecht für meine Schilde. Warum fress ich das unten so viel? Geht doch. Zäh, 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 zäh ist unten. Was ging denn da? Und hier ist eben so die Fresse. Weißt du auch. Boah. Ja, warum, warum willst du auch gerade hier rein? Hey, du, die andere Tücher sind eingegangen. Das war's. Durchhalten, Apex. Nein. Boah. Boah. Nachladen. Schilder sind unten. Boah, sagt er hässlich aus. Dein ist der hässlich. Ja. Ach, der Render hat mich so wiederholt, hier oben. Nachfahrt. Drei? Nur noch? Wo denn? Der hängt irgendwie da an. Das ist chill'n zwei. Aua, ich werd chill'n. Jawoll, der ist hin. Äh, ich bin jetzt oben. Oh, die 7. Ja, es kommt die 7. Zeit zu gehen! Begeben Sie sich zum Exfiltrationspunkt. Da ist der Koloss! Koloss?! Wo, 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 wo? Wo, 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 wo! Ach da! W狼 ist das, W狼 ist da! Der W狼 ist da! Oh, der letzte Probe weg da! Oh, ne! Oh, er hat sich... Er hat sich von seinem Freund gewollt! Ich konnte es aber verhindern! Der Kollege hat mich gefissen! Ja, wenn der dich frisst, bist du instant tot! Hab ich nie geahnt! Oh! Oh! Ich würde den ältesten ab stolzen! Oh, 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 oh! Ich will auch nicht mehr! Ich wollte auch gerade den Cobra auspacken um den ältesten zu... Nein! Da hat sich keiner rein zu tun! Das waren zu viele, das waren zu viele! Also, ich liege hier auf der kleinen Rampe, in der Nähe von Smoker. Oh, das kannst du knicken raus, der Lene! Wie denn? Dann spart ihr das Zeug auf! Und nehmt das nicht mehr willkürlich! Ja, willkürlich, hm? Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich gar keins gehabt! Jetzt bin ich tot! Toll! Das ist gut von Mainz! Mutter zu! Äh, hintert ihr! Nehmt ihr! Besser als das! Auf die Gesalb... Gesalb für den Nova oder sowas! Alter, sie war heftig! Das Ding war... Das Ding hat genau den Kreis ausgefilmt! Ja, aber ganz genau! Aber fast genauso, ey! Oh, schön in der Mitte ist das Ding aus! Alter! Ach, ich hab's leider nicht geschafft! Das war ein bisschen heftig! Es waren da zu viele! Ja, du musst dir diese Wiederbelebungs-Packs gut einsparen und eintreiben! Ja, ja! Und immer willkürlich nehmen! Wieso willkürlich? Ich nehm's doch nicht willkürlich! Ich nehm's da mal nicht brauche! Na klar, jetzt war, wenn du tot bist, ne? Statt zu sagen, hier, belebt mich noch oder so! Ich benutze die nur, wenn ihr sagt, ihr kommt nicht zu mir durch! Dann benutze ich so ein Ding! Oder wenn ich kurz vorm Ausbluten bin! Genau! Ich bin jetzt tot! Ja, nicht recht! So! Oh, ich bin doch mitgekommen! Äh, ja! Cool! Ja! Das war's mal mit auf heute! Wenn es euch gefallen hat, macht ein Like oder schreibt uns in die Kommentare! Oder abonniert uns, wenn ihr euch schon gemacht habt! Wird uns freuen! Das war's mal! Bis dann dann! Tschau! Tschüss! Tschüss! Beim nächsten Mal lass ich mich nicht fressen!